Hey Leute, herzlich willkommen bei HeidekTV. Mein Name ist Dominik und cool, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ja, es ist wieder Zeit für eine neue Transformation. Wie jeden Freitag. Hi Micha. Grüß dich, Dom. Du kommst aus Berlin, war richtig, ne? Cool. Ich freue mich ganz besonders auf dieses Video, weil ich durfte dich ja damals beraten und ich habe ein bisschen ja um dich gekämpft. Kannst du dir ein Modell vorstellen und dann am Ende des Tages hast du ja zugestimmt und ich freue mich mega, weil du bist ein echt cooler Typ. Aber ich glaube, es liegt an Berlin irgendwie. Irgendwie sind alle Leute aus Berlin cool. Ich bring den Charme mit, ja. Ja, für dich habe ich mir die Hanna ausgesucht. Die Hanna, denke ich, passt vom Hairstyle, den ich habe. Wie ich mir vorstelle, sehr, sehr gut. Ich stelle mir bei dir was mittellanges vor. Ein bisschen rockiger das Ganze. Das heißt, dass es einfach zu dem Gesamtbild passt und ja, vielleicht stimmt ihr mir dazu. Ansonsten lasst euch inspirieren. Hanna haut in die Schere und dann sehen wir uns später wieder und viel Spaß beim Video. Bis dann. ! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020